Willkommen zu einem neuen Video. A family fahren meine Lieben, wir packen das Auto voll, wir fahren gleich los. Es geht nach Hamm, nach Dortmund. Er hat schon geschrieben, wo bleibt ihr? Die sind ja einen Tag vor uns gefahren. Hallo. Der Robert freut sich zu fahren. Nein, ich fahr zuerst. Gut, dass wir mit dem Auto fahren, weil den kann ich gut fahren. Halbe Strecke habe ich schon geschafft, meine Lieben, halbe Strecke. Ja, 280 Kilometer ist jetzt gefahren, meine Frau. Ja. Und jetzt müssen wir bei dem Hippi machen. Ja, 20 Kilometer muss jetzt bald inkommen, Raststätte. Mille schläft hinten. Die haben ja mal wieder 20 Minuten Stau gehabt. Oh, Gesundheit, Mille. Ja, aber das habe ich eingeholt, gell? Okay. Good morning. Good morning. Ja, okay, wir melden uns. Wir machen jetzt eine Kaffeepause und Mille will unbedingt hier auf dem Baum. Auf dem Baum darf ich jetzt. Oh mein Gott. Sogar auf dem Rastplatz. Mille, die Klettermaus. Bist du jetzt happy? Ja. 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 Und jetzt kommst du nicht mehr runter? Äh, ja. Raufklettern wollen, aber nicht wieder runterkommen, ne? Bist du jetzt wieder sauber? So steigst du nicht in mein Auto hinein, gell? Okay. Ortsschild Hamm. Wir sind da. Hamm, Hamm. Hamm. Hier alles braune Häuser, aber sehr schöne Häuser. Hamm, Hamm. Ich kenne das vor 25 Jahren war ich mal hier. Okay. Also wir sind echt gedüst, meine Lieben. In 5,5 Stunden mit Pause und alles drum und dran sind wir angekommen. Ähm, 590 Kilometer. 590 Kilometer. Schau mich nicht so an. Habe ich was Falsches gehört? Nein. So, jetzt da. Bald sind wir da. In Berlin, du seht einen großen Friedhof. Da ist der Friedhof. Ja. Überall in jedem Stadtteil. Und Sightseeing. So, meine Lieben, wir sind jetzt angekommen. Schaut mal, die Frauen hier, die arbeiten in vollem Gapf für die Hochzeit. Da wird so Zigarrenräuchen gemacht in einer anderen Form und so weiter für die Gäste. Wir sind erst vor eine halbe Stunde angekommen. Überraschung. Überraschung. Also, wir haben uns wieder gefunden. Keine Ruhe im Urlaub. Keine Ruhe. Nein, Edda hat keine Ruhe vor uns. Ich verfolge sie daran. Aber, ich merke, 700 Kilometer können uns nicht trennen. Nein. Sie ist da, wo ich finde, ich bin da, wo sie ist. Wir fahren hier einfach hinterher. So ist es, ja. Und jetzt gibt es gleich Essen. Und jetzt machen wir noch eine kleine Shoppingtour. Nein. Wir brauchen Wimpern. Also ich brauche Wimpern auf jeden Fall. für die Hochzeit und Kleber. Und der Robert, wisst ihr, was er braucht? Schuhe, Hausschuhe will. So Pantoffelart. Muss ich mal jetzt gucken, was ich für ihn mitnehmen kann. Jetzt sind wir beim Deichmann. Typisch türkischer Tisch. Was, bist du alt und hässlich? Nein, du bist hübsch. Nein. Edda, du bist immer noch am Essen. Merkst du das? Sie hat gar nicht gecheckt, dass ich gerade aufnehme, gell? Weil ihr Kopf dazwischen war. Und der Robert ist auch immer am Essen. Oh? Ja. Und Miley ist immer Musikerli. Und schaut mal, wer hier sitzt. Dick und doof. Das ist, wie heißt der linke? Der schmale gleich wieder. Laurel? Und der andere Stan, oder? Stan. Oh. Oh Gott. Wobei der den immer Oliver nennt, gell? Ja. Oh mein Gott. Meine Kindheitserinnerungen werden hier wach. Wie süß sind die bitte? Und was machst du? Mit was isst du das bitte? Mit Salz. Oh mein Gott. Mit Salz. Oh mein Gott. Ja. Die Familie kommt jetzt auch gleich. Oh mein Gott. Schwangere Frauen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich hab mich auch nicht mehr. Meine Mann hat meine Jacke angezogen. Ui. Nein. Glaubst du was? Nein. Ich mach Spaß. Ist nicht ihre Jacke. Aber ist meine Jacke. Schockerisch. 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 Die sagen, das steht ihm gut. Zeig mal die Ärmel. Das passt doch. Passt schon. Passt, passt. Semra hast du gut gemacht. Ja. Ui. 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 Oh Gott. Oh Gott. Der arme Mann. Bandscheibe. Und jetzt abends um halb zehn. Was lacht ihr da hinten? Bringen wir jetzt die Edda zu ihrer Cousine zum Schlafen. Die wird bei denen übernachten. Wir sind eine ganze Truppe da hinten durch Ham hier laufen. Es tut gut bei frischer Luft jetzt mal ein bisschen zu laufen. Tschüss. Bis morgen. Wir sehen uns. Tschüss. Engerle. Engerle. Flieg. Du bist ja raus aus dem Engerle. 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 Ui. So meine Lieben. Wir kommen jetzt zum Ende von unserem Video. Wir sind jetzt hier bei einem anderen Bruder, wo wir zuerst angekommen sind. Und hier werden wir übernachten. Da ist die ganze Crew. Gelder und so weiter. Genau. Und wir sagen Danke fürs Zuschauen. Und das nächste Video wird die Hochzeit sein. Hoffe ich mal. Den Kanal abonnieren. Glocke aktivieren. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank.